Hallo YouTube und herzlich willkommen auf Ego2KTV zu einer neuen FIFA 17 Weekend League Spielanalyse und zwar ist es passiert, wie ihr wahrscheinlich im Titel schon erahnen könnt, habe ich einen drauf gesetzt und habe einen neuen Rekordsieg gefeiert und dieses Spiel möchte ich zusammen mit euch analysieren, ihr habt ja ganz kurz mein Team gesehen, vorne mein unglaubliches Trio Cavani, Depay wants to watch und der 90er Di Maria, heftig die drei. Und hier auf jeden Fall mein Gegner, wo ich dazu sagen muss, zum einen erstmal das Team, er spielt mit Dreierkette, vier Leuten im Mittelfeld und drei Leuten vorne, ist jetzt eigentlich nicht so verkehrt das Team, aber ihr werdet es sehen, dieser Gegner hat sich selbst auf gar keinen Fall für die Weekend League qualifiziert. Ich meine, ich bin jetzt nicht der beste Spieler in FIFA, würde sagen, ich bin etwas besser als der Durchschnitt, möchte ich allerdings nicht selbst jetzt von mir wirklich behaupten, das überlasse ich lieber anderen, die, keine Ahnung, schon öfters gegen mich gespielt haben. Aber ich glaube, ich bin jetzt nicht so schlecht, kratze hin und wieder mal in Elite, also ist ja auch egal, auf jeden Fall. Wenn sogar ich, den Gegner, wenn ich dem so absolut keine Chance lasse, frage ich mich, wie kann man denn Spaß haben in der Weekend League zu spielen. Ich weiß nicht, so grob geschätzt sage ich, er hat, wenn er wirklich alle 40 Spiele gemacht hat, wird er vielleicht drei oder so gewonnen haben, wenn überhaupt. Aktuell sieht es eigentlich noch ganz gut aus, hier versucht er zu kontern. Allerdings, was ich mich so frage, ich habe ja schon gesagt, das war der Rekordsieg, der alte, weiß ich gar nicht mehr, ich glaube, der alte war 8 zu 2 oder so, das hier wird jetzt noch ein bisschen höher. Ich habe mich gefragt, wenn ich ihn schon so auseinandergenommen habe, warum bleibt er dann bei der Dreierkette? Ich meine, klar, kann er sich gleich auch denken, ja, ich muss jetzt alles nach vorne schmeißen, weil irgendwann war es einfach nur noch absurd. Und hoch anrechnen muss man ihm natürlich, dass er überhaupt nicht rausgegangen ist. So, hier Tolisso, übrigens auch ein guter Spieler, meine Man-of-the-Match-Card, die ich mir von ihm geholt habe. So, und da hat er nochmal ganz gut geblockt. Eckball für uns, nee, gibt gar kein Eckball für uns. Abschlag für den Gegner, neunte Minute. Also momentan ist es ja noch ganz okay. Hier spielt er eigentlich ganz gut nach vorne. Ich habe mit Boateng Quatsch gemacht. So, und da habe ich jetzt zum Beispiel Glück gehabt, dass ich mit Sokrates gut gestanden habe. Jetzt geht es ja nach vorne. Wie Maria. Legt zurück zu Tolisso. Kann ich echt empfehlen, den Spieler. Also wenn ihr 200k übrig habt, holt euch Tolisso, wenn ihr so ein Team mit Franzosen habt. Ist echt ein ganz guter Staubsauger. So, Tolisso, gut. Im Schießen war er jetzt, das war wahrscheinlich auch der falsche Fuß. Der ging jetzt ein bisschen daneben. Jetzt haben wir mal den Abschlag von ihm. Tolisso wieder. Aber ihr seht das ja, Tolisso räumt gerade im Mittelfeld enorm viel weg. Ja, holt dann sich. Nee, Ben Ather setzt sich noch durch. Spielt zu Coman. Boateng gewinnt den Kopfball auf Sokrates. Das ist aber auch wieder sowas, wo ich mich frage, was macht Sokrates da unten? Der ist ein Innenverteidiger. Aber ich muss echt sagen, aktuell sieht es echt gar nicht danach aus. Dass er so einbricht. So, jetzt haben wir ihn. Boateng spielt den Gegner an und es gibt Abstoß für uns. Hier übrigens auch Bernd Leno, 88er in Form. Verdammt guter Torwart, muss ich sagen. Hätte ich gar nicht gedacht. Ich habe ja mal gesagt, ich gebe nicht mehr viel Geld für einen Torwart aus. Weil meiner Meinung nach ist es rausgeschmissenes Geld. Man kann auch mit dem 84er spielen, wo ich finde. Leno ist wirklich nochmal besser als Ralf Fährmann. Bei Ralf Fährmann habe ich ja vorher gesagt, ist der beste Torwart, den ich jemals in FIFA 17 gespielt habe. So, jetzt wieder Tolisso auf Memphis Depay. Cavani. Ja, das war scheiße. Aber Depay hat noch Bein dazwischen. Keita, Depay. Wieder auf Keita. Und, na, nee. Hat er da ganz gut verteidigt, muss man zugeben. Aber er hat halt auch keinen Plan. Gut. Ich möchte jetzt auch nicht irgendwie so großartig dafür einen Vorwurf machen. Das ist nicht jeder der beste FIFA-Spieler. Jeder hat mal angefangen, aber trotzdem. So. Und da ist passiert 1 zu 9 in Memphis Depay. Kann ich auch schon mal sagen, alle drei Stürmer, die habe ich ja alle neu im Team, beziehungsweise Depay war ja vorher Einwechselspieler nur. Auf den habe ich jetzt mal in der Weekend League komplett gesetzt. Alle drei Spieler haben mehr Tore und Vorlagen, also zusammenaddiert, erzielt. Also Scorer-Punkte, als die Spiele gemacht haben. Das hatte ich wirklich noch nie bei einem Sturmtrio. So, Cavani, der muss eigentlich sitzen. Habe ich schlecht geschossen. Martial. Martial ist auch echt so der typische Spieler, den einfach jeder einsetzen will. Und ich finde ihn wirklich gar nicht so gut. Ich habe mir mal den 84er gekauft. Ich habe ein bisschen rumprobiert vor der Weekend League. Ich habe mal den 84er Martial getestet. Der hat mir nicht so zugesagt. Bale habe ich ausprobiert, der hat mir nicht zugesagt. So, und da ist es passiert. Memphis Depay mit dem 2 zu 0. Den habe ich denn noch probiert. Carrasco, den neuen aus dem Team der Woche, habe ich probiert. Isco, der 90er, der ging gar nicht. Der hatte, keine Ahnung, den konntest du nach 60 Minuten auswechseln, weil der keine Ausdauer mehr hatte. Vielleicht habe ich, keine Ahnung, die falsche Spielanweisung gegeben. Aber auf jeden Fall, Isco, das war echt gar nichts. Den habe ich wenigstens so einigermaßen mit ganz wenig Verlust nur verkauft. So, die Maria und eine Cavani. Hier sieht es ein bisschen aus, als wäre er ein Chancentod. Ich muss auch sagen, Cavani hat die wenigsten Tore, glaube ich, von den dreien erzielt. Die meisten hat für mich Memphis Depay erzielt. So, jetzt Boateng. Sokratis, okay. Sokratis hatten. Jetzt wieder Cavani, aber da habe ich auch schlecht gespielt. Und ich finde, da sieht man es. Das ist ja auch nicht der beste FIFA-Spieler. Ich mache das manchmal viel zu hektisch, dass ich einfach nur versuche, pam, 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 den Ball schnell weiterzubringen, ohne großartig zu gucken, ob der den Ball überhaupt erreichen kann, der Mitspieler. Das mit Boateng war jetzt auch wieder so eine Glückssache. Sokratis, den hat er gut angenommen. Wer hat er? Maria. Die Maria. Jetzt. Ne. Da war eigentlich auch mehr drin. Wenn ich da nicht so hektisch wäre, wäre da einfach mehr drin gewesen. So, jetzt aber wieder Boateng. Tolisso. Die Maria. Memphis Depay. Ich glaube, das war so ein Pass, den wollte ich da niemals hinhaben, weil, ähm, ich weiß ja, wie ich spiele. Ich würde aber nie einen Pass so hoch nach unten spielen. Ich glaube, das war einfach wieder so von FIFA vorgefertigt, dass er unbedingt da hinkommen muss. Normalerweise spiele ich wirklich eher so kurze Pässe. Da bleibe ich an Sissoko hängen. Depay, aber Vidal hat den Ball. Ich will gerade die Scheibe sagen. Bisschen zu viel Eishockey wieder geguckt in letzter Zeit. Die Maria. Schön gespielt. Cavani. Und jetzt ist er drin. Ah, das war ein schickes Tor. Muss ich wirklich sagen. Den habe ich ganz schön rausgespielt. Weil noch mit dem Pfosten drin. Das war schon hier. Gut. Für die eine oder andere wird das Standard sein. Ich habe mich gefreut, so ein Tor zu erzielen. Und diesen Moment nimmt mir keiner. So, Nachspielzeit angezeigt. Gib nochmal zwei Minuten drauf. So, Piszczek setzt sich durch. Cater. Die Maria. Vor allem der ist so krass trickreich. Der hat zwar nur zwei Sterne bei... Und... Oh, Cavani. Der muss sitzen, Mann. War eigentlich das sichere 4-0. Wie gesagt, der hat nur zwei Sterne bei schwachem Fuß. Aber ich finde, weil der so extrem trickreich ist und so wendig. Und ich habe ja auch lange Dembélé Wants to Watch gespielt. Und der ist mit 90. Man merkt einfach wirklich, er hat 5 Punkte mehr als Dembélé. Obwohl er in den Spezialbewegungen gleich ist. Aber echt ein flinkes Wiesel, sage ich einfach mal zu die Maria. Halbzeit auf jeden Fall. Und weiter geht's. Jetzt geht er nach vorne. Aber Tolisso blockt ab. Ich finde, das ist sowas... Weiß ich nicht. So dieses Durchgehen... Bin ich nicht so der Fan von. So, Piszczek. Oh, come on. Den muss er eigentlich machen. Also so viel Platz. Der kann sogar noch einen Schritt nach vorne gehen. Den muss er eigentlich machen. So, Kopfball haben wir gewonnen. Memphis Depay. Depay geht durch. Passt von Di Maria. Und den haben wir zu weit nach vorne gelegt. Da hätte ich einen Meter früher schießen sollen. So, Depay wieder. Ah, kommen wir nicht dran. Aber wie gesagt, ich rechne ihm an, dass er drin bliehen. Wobei ich mir vorstellen kann. Ich habe ja gesagt, ich war der Meinung, er ist nicht der beste FIFA-Spieler. Und er hat sich auf gar keinen Fall selbst für die Weekend League qualifiziert. Kann mir vorstellen, er will das wirklich nur machen, um Coins zu bekommen. Und wenn man ja quittet, also ein Rage-Quit, dann gibt es keine Coins. Ich muss gestehen, ich hatte auch einen Rage-Quit bei der aktuellen Weekend League, weil ich es sonst nie mache. Aber ich habe echt gegen so einen richtig heftigen Spieler gespielt. Da stand es schnell 5 zu 0. Und da bin ich zur Halbzeit rausgegangen. So, und da macht Tolisso das Tor. Ist ja doch gar nicht so schwach im Abschluss. Aber da hat er auch den Fehler, um mit dem Torwart rauszukommen. Wäre er drin geblieben, dann wäre es wahrscheinlich beim 3-0 geblieben. So, ist die Soko. Wird das seine Torchance? Da trennt er ihn vom Ball. Ja, Leno hat den Ball. Oh, Cavani, wir nützen den Ball dann. Ich bin noch ein bisschen überlegen. Es gibt ja auch den 91er Cavani, ob ich mir den hole. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das großartig so viel ausmachen wird. Und jetzt die Chance. Ja, 5-0, Cavani. Weil ich finde eigentlich, Cavani ist schon relativ treffsicher. Und diese ein bis zwei Punkte, die er auf der Karte dann mehr an Punkten hat, weiß ich nicht, ob mir da die 50k das wert sind, was es ungefähr kostet. Jetzt Insonzi, Depay. Boah, geht aber durch, Insonzi. Haben wir Boateng wieder den Fuß dazwischen, Vidal. Ja, und da diese Grätsche, das war etwas zu optimistisch. Ja, und jetzt 6-0. Habt ihr gesehen, er kommt mit dem Torwart raus, warum er das macht. Das wird schon der Frust sein. Aber trotzdem. Aber mich würde wirklich mal interessieren, und das ist schade, dass man das nicht gucken kann, wie er die Weekend League abgeschlossen hat. Ob das so stimmen könnte mit meinen 3-4 Siegen, die ich ihm prophezeien würde. Oder ob er doch mehr hatte. Weil ich was sagen muss. Das ist jetzt, ich spiele die Weekend League seit November. Und, mache ich den? Nee, oh, der muss aber eigentlich sitzen. Das habe ich schlecht gemacht. Ich spiele die Weekend League seit November, und sowas wie hier, und das, was ich vor 2-3 Wochen hatte mit dem Rekordsieg, wo ich zum ersten Mal das Video hochgeladen habe, das sind Ausnahmefälle gewesen. Das hatte ich vorher noch nie gehabt. Ah, gut. Da hätte ich vielleicht mal runterlegen sollen. Aber ich will ja nicht immer nur hier so rum-sweaten und so. Ein bisschen Skill will ich ja schon zeigen. Gutes Stellungsspiel unterholt er sich etwa. Wie gesagt, das sind Ausnahmesituationen. Und, äh, wir hatten den hier. Vidal macht er ganz gut. Die Maria. Hätte ich hochgelegt, dann wäre es aber, das ist gut. Das ist jetzt schon ein bisschen Zaubern. Da ist schon die Arroganz da gewesen. So, Cater. Kurze Ecke. Könnt ihr euch drauf einstellen. Sollt ihr mal gegen mich spielen. Ich spiele eigentlich im Normalfall nur kurze Ecken, weil ich die Kopfballe nicht hinbekomme. Oh. Ja. Okay. Okay, ich weiß jetzt, was passiert. Da muss ich sagen, das hat er verdammt schön gemacht. Dieser lange Lauf. Äh. Richtig stark. Und wo ich mich frage, wenn er so einen Lauf hinbekommt. Wenn er einfach konzentriert durchgespielt hätte und sich nicht schon so schnell aufgegeben hätte, dann wäre da vielleicht mehr drin gewesen. Also ich finde, der Gegner, wenn man schon diesen Lauf sieht, auch wenn ich da echt scheiße verteidigt habe, aber man erkennt da schon das Potenzial. Und jetzt die Bestrafung von Edison Cavani zum 7 zu 1. Normalerweise würde ich das ja sagen, äh. Irgendwann höre ich auf. Mit dem, ja, so der Drang aufs Tor gehen. Aber, äh. Es war einfach noch so viel Zeit. Und es war einfach so dieser Hintergedanke. Ich habe ja schon mal mein Rekordspiel gehabt. Oh, Cavani, Alter. Ja, was macht der? Ich wollte eigentlich mal sehen, ob noch ein neuer Rekordsieg drin ist. Ist es ja offensichtlich auch geworden. So, Gamayro. Oder Gamayro. Keine Ahnung, wie ausgesporn wird. Tolisso. Ja, jetzt wird es auch langsam echt. Ich glaube, da hat er schon fast das Gamepad weg. Oh, richtig krasser Move von Di Maria. Aber das meine ich. So was Schnelles. Oh, es gibt 11 Meter. Den Ton gerade ein bisschen aus. Deswegen habe ich das nicht mitbekommen. So was habe ich mit Dembele nie geschafft. So, jetzt Cavani. Und drin. Ich weiß gar nicht, wie viele Tore das jetzt von ihm war. Auf jeden Fall 8 zu 1. Die erzielten Tore von letztem Mal haben wir auf jeden Fall eingestellt. Und jetzt spielt er nach hinten. Areola. Aber wie gesagt, das ist einfach was. Vielleicht ist das auch für ihn ein guter Lernprozess gewesen, dass er von seiner Dreierkette weggehen muss. Weil zu wirklich zu 99 Prozent, sage ich jetzt einfach mal. Ja, sagen wir 90 bis 95 Prozent, spielt in der Weekend League jeder die Position oder Formation, die ich auch spiele. Dieses 4-3-2-1. Das hat sich einfach wirklich als stärkste Formation in FIFA 17 bewährt. Da haben wir nochmal Depay. Die Maria. Cavani. Nur mal die Maria. Die Dall. Ja, und dann machen wir das 9 zu 1. In der 90. Spielminute. Also wenn man auch sieht, was ich an Chancen vergeben habe. Zweistellig war da auf jeden Fall drin. Aber ist okay. Das habe ich euch ja ausgesehen schon gespoilert. Könnt ihr euch ja schon denken, dass kein Tor mehr fallen wird für mich. Aber gut, ist auch Nachspielzeit. Normalerweise ist dann eigentlich relativ schnell Schluss. Und da gibt es nochmal ein Kärtchen für den Gegner. Sokrates. Vidal. Cater. Peace check. Die Maria. Geblockt. Jetzt gibt es nochmal einen Eckball. Ich weiß nicht mehr, ob da jetzt noch eine gefährliche Chance kommt. Ne. Coman blockt das weg. Und das war es. 9 zu 1. Haben wir dieses Spiel gewonnen. Deswegen nochmal sollte das einer von euch gucken. Ich kann verstehen, wenn ihr Coins machen wollt. Aber wenn ihr in FIFA nicht gut seid. Keine Ahnung. So Liga 9 oder 8 spielt in der Online-Saison. Dann ist die Weekend League. Äh. Schreibt mir nochmal was in die Kommentare. Lasst dem Video einen Daumen nach oben da. Schaut mal bei mir auf dem Discord vorbei. Den Link dazu findet ihr unten in der Beschreibung. Da tümmeln sich jetzt auch immer richtig Leute rum. Finde ich sehr cool. Hier nochmal die Torschuss-Statistik. 18 zu 1. Wie gesagt sein Tor. Das war richtig. War für mich eigentlich auch das Tor des Tages. Und ja. Wie gesagt. Einfach mal im Discord vorbeischauen. Und. Ich hoffe. Wir sehen und hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich bin der Sechel Raus. Wünsche euch einen schönen Tag. Lasst euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal. Und ciao. Tschau. Tschau.